Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei East Origins im Tone Run und wir haben endlich das Spiegellabyrinth, das vorletzte Gebiet so gesehen, erreicht und gucken, dass wir uns hier jetzt zurechtfinden. Wie immer wollen wir uns jede Menge Gegner an den Kragen, vor allem diese Nervigen hier, die sich hier einfach so unsichtbar machen und dann meine Neue erscheinen lassen zum Besten, so, weg mit euch. Vor allem diese Engel sind nervig, weil die glaube ich heilen können. So, weg. Und dann gucken wir hier oben weiter. Ah, hier sind wir ja jetzt hier. Ja genau, du wolltest gerade deinen Kumpel heilen. Das habe ich jetzt aber nicht zugelassen, ich habe die vorher kalt gemacht. Und ja, das hier ist ein härteres Spiel, hier macht man die Dämonen kalt. So. Gesäubert. Okay, das war die falsche Seite, dann gucken wir mal nach. Hier drüben. Oh, hier sind die Wächter, die sich die Feiglinge wegteleportieren. Und uns mit irgendwelchen Raketen schießen. Oh, wir haben... Ups. Ja, wir haben 20.000 SP erhalten aus dieser Truhe. Das war jetzt nicht ganz so geplant, aber gut. Und dann landen wir wieder hier. Oh, ich habe hier da noch einen Spiegel nicht überprüft, gell? Okay, dann gehen wir eben... Moment, war da überhaupt ein anderer Spiegel? Ich glaube, da war gar kein anderer Spiegel. Das werden wir ja gleich nochmal sehen. Ich werde es auch euch gegenseitig immer wieder neu zu erschaffen. gehen wir erstmal hier durch. So. Gehen wir erstmal hier durch. Gehen. Irgendwo anders rauskommen. Okay. Ja, ich habe das Spiel schon... Jetzt, ohne zu lügen, glaube ich, fünf oder sechs Mal durchgespielt. Einmal im Let's Play sogar. Und ich weiß nicht, ob ich in diesem grühen Spiegel-Labyrinth immer noch nicht richtig auskomme. Genauso wie ich wie den Silent Sands am Busquert nicht hierher. So. Einer weg. Boah. Hörst du auf, mich mit deinen Dingern zu beschießen? So, kleiner Eggel weg. Nur noch weg. Hier den verdammt viel Schaden durch. Die Dämonen-Klaue. So. Und ja, gerade hier an der Stelle merke ich, dass ich mit Toll viel mehr im Nahkampf gehe. Als wie mit Juni-Car, wo ich hauptsächlich den Feuerfeld verwendet habe. Dafür eignet sich Toll halt besser. So. Weil er ziemlich schnell angreifen kann. Ein Padakeha. Den wollen wir ja gleich mal einsetzen. So. Und das bringt uns wieder hier hin zurück. Gut. Dann müssen wir wohl hier durch. Okay. Weck ich euch. Und hier ist irgendwo ein Unsichtbarer. Ich weiß, dass du noch hier bist. Nö? Okay. Clearia-Erz. Der ja letzt... Das letzte Clearia-Erz. Ja, jetzt haben wir maximale Klauen. Gut. Okay, jetzt fahrten wir uns noch mal kurz zum Anfang zurück. Ähm. Nein, da wollte ich nicht... Doch, da wollte ich durch. Hier durch. Genau, dann landen wir nämlich hier. Und dann wollte ich hier durch. So, da geht's zurück. Da lang. Und nein, hier gibt's tatsächlich keinen Spiegel mehr. Gut. Dann geht's wohl jetzt gegen Zava. Äh, das war falsch. Hier hoch muss ich. Genau. Und dann hier drüben. Jupp. Hier durch. Und hier vorbei. Und durch den großen Spiegel kommen wir in die wahre Reflexion. Gut. Hier aktivieren wir die Statue. Äh, wir verbessern unsere Elemente mal. Wir haben ja ein bisschen was. Statusresistenz. Und... Maler können wir nicht verbessern. Item Drop-Effekt. Okay. Dann wirst du verbessert. So, jetzt haben wir nur noch Dieb hier unten. Die großen Bekannten. Aber die... Doch, ich will speichern. Stiefel habe ich noch nicht. Die besseren... Nein. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt uns um Zava kümmern. Nun, wenn das nicht der Dämonenmann ist, der sich weigert zu sterben. Ja, Zava. Zava. Du. Ja, lacht sie blöd. Ich war geduldig mit dir die ganze Zeit. Um Lord Dallas Willen. Was es für mich noch süßer macht, dass ich endlich die Erlaubnis bekommen habe, dich aus dem Weg zu räumen. Du hast mich so sehr, habe ich recht? Ist es deswegen, weil ich fast die in deiner Dämonen zerschnitten habe? Das ist die... Das ist der Grund, ja. Du hast kaum die Vorstellung, was für Schwierigkeiten es mir bereitet hat, die Kontrolle über diese Kreaturen zu kriegen. Und dann hat sich so ein schwacher Ritter seinen Weg in unsere Gruppe erschlichen. Etwas Stärke erhalten. Und damit begonnen, sie wieder in Teile zu zerhacken. Das ist unverzeihlich. Du hast recht. Aus deiner Perspektive habe ich die Erlaubnis erhalten, deine ganze Art der Arbeit zunichte zu machen. Und du hattest keine Möglichkeit, mich zu stoppen. Wäre ich damals dein Gegner gewesen, wäre es nicht der Redewert gewesen. Aber als dein Verbündeter waren meine Aktionen komplett aus deiner Reichweite. Ich... Ich biete dir meine ehrlichste Entschuldigung an. Na, du denkst, du bist süß, weil du so redest. Charmant. Du hängst mich an. Wenn du nur so wärst wie dein kleiner Bruder. Ach, er ist der... Die Art von... Ähm... Untergebenem Schüler, die jeden Meister stolz macht. Da ist so viel Dunkelheit in seinem Herzen. So ein... Unstuhlbarer Durst nach Macht. So... So viele... So viel Schande ist bereits über Hausfekt gekommen. Aber mit ihm in unseren Reihen könnte das nur der Anfang sein. Was hat die ihn angetan? Die modische Macht alleine würde ihn niemals zu handeln lassen. Alles was wir getan haben, war eine Schwachstelle in seinem Herzen zu finden und sie zu unserem Vorteil auszunutzen. Seinen feinen Willen, seine Emotionen zu versiegeln. Er ist, äh... Er ist überwältigt von der Power der Dämonen. Verloren in einem... Traumähnlichen Zustand... Wo alles einfach ist, der Sieg zu greifen nach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich der Leidenschaft hingebt. Und einer von uns wird in Körper und Seele. Hab ich irgendwas gesagt, das dich amüsiert? Du bist so leicht zu durchschauen. Weißt du, warum ich es aufgegeben habe, ein Ritter... Äh... Magier zu sein und ein Ritter zu werden? Weil Huga einfach besser mit Magie war, als ich ehemals hätte sein können. Viel besser. Ich glaube, er könnte sogar... Deinen mächtigen Lord Dallas übertreffen. Was? Wie kannst du das nur wagen, so viel Bügel zu sprechen? Niemand wäre jemals in der Lage, die Kraft meines Lords zu übersteigen. Hast du irgendeine Ahnung über die Linie defekt? Verglichen mit meinem Vater ist dieser Lord von dir nur ein Taschenspieler. Vielleicht hast du es schon von ihm gehört. Ken Fakt. Der älteste... Das älteste Mitglied der sechs Priester von Is. Der Mann... Den Hugo irgendwann übertreffen wird. Durch sein... Hartes, magisches Training und seinen eisernen... Also hier steht äh... Klerian... Klerian Villa ist eigentlich Kleria Villa, was ein bisschen komisch klingt. Also halt eiserner Villa. Werdet ihr nicht in der Lage sein, die Kontrolle über Hugo lange zu halten. Hura. Du fängst wirklich an, mich ähm... Zum Weißgut zu treiben, Toneffekt. Ich denke, es ist Zeit... Dir zu zeigen... Dir einen Vorgeschmack zu geben, was wir Elite Darklings tun können. Nimm dich in Acht, meine Stärksten. Vertrauten. Kommt, meine Kleinen. Zerschreddert diesen Typen... Rippe für Rippe. Ja, das ist der Kampf gegen Sarah. Aber den machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich.